Die Baureihe 120, und zwar die Baureihe 101. Die Baureihe 120 ist das erste Exemplar der Serienlieferung der Baureihe 120, einem Meilenstein der Logo-Diode. Die Baureihe 120 war weltweit die erste Serie, die produzierte und eingesetzte. Die Baureihe mit E-Strube wollen, in der Regel, in der Regel, in der Regel 40, und die Baureihe 120, und die Baureihe 120, und die Baureihe 120. Damit war es in der Lage, die das jetzt in der Baureihe und die Baureihe bis zu 200 km hat. Auf Grund der Leistung sollte man aber Füter zugefahren, das man sich auskauft hat. Als Konstruktion des Fausten der ersten Säge in die Baureihe als gut zu sich. Ja, ich weiß nicht, dass wir das mitbekommen. Aber ich weiß nicht, dass wir das mitbekommen. Das glaube ich nicht. Oh, das ist toll, dass wir das mitbekommen. Aber das ist ein bisschen. Oh, das sind viele, die sind sehr. Das ist sehr interessant. Danke, das ist ein bisschen. Oh, das ist, ja sehr schön. Wir haben einen kleinen, kleinen, kleinenen Eintriff, und wir haben eine gute Idee, Das war schon ein bisschen ein bisschen. Ich glaube, das war ein bisschen. Aber es ist gerade so, wie ich das sage, Untertitelung des ZDF für funk, 2017